Wenn ihr wissen wollt, wie der GTK-Boxer von Dragon in 1 zu 72 in meinem Review abschneidet, dann bleibt dabei! Das war's für heute! So, da sind wir auch wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir direkt in die Video-Review. Ja, der GTK Boxer A2 von Dragon. Hier ist er in seiner ganzen Pracht und Schönheit. Und bevor wir uns jetzt mal die Details der Packung anschauen, dann möchte ich euch ein paar Sekunden, so 15, 16 Sekunden Sound vom Original GTK Boxer einspielen, damit ihr einfach so ein bisschen auch so in Stimmung kommt. Also, ein bisschen hinhören jetzt und dann geht es gleich weiter. Ja, das ist nochmal ein Vorspiel, da versteht man gleich, worum er auch Boxer heißt. Ja, auf der Seite der Verpackung der Schachtel sehen wir hier so einige 3D-Zeichnungen, die uns so ein bisschen zeigen, was letztendlich das Modell auch so zu bieten hat. Also, wie eine zu öffnende Kommandantenluke. Da möchte ich aber auch gleich sagen, da ist es dann auch schon fast das mit zum Öffnen-Luken. Gut, wir haben hinten noch eine Einstiegsluke für den Mannschaftsraum. Da ist auch noch was zu öffnen. Aber ich denke mal, gerade was hier die zahlreichen Luken des GTKs auf der Oberseite der Warnets angeht, da hätte Dragan deutlich mehr bringen können. Aber gut, das werden wir dann gleich sehen. Ja, die Cooling Outlets sind correctly reproduced. Ja, das können wir nur hoffen. Und man sieht dort jetzt, also, dass man die Rücktür, dass man die öffnen kann. Ja, die Fahrerluke oder das Fahrer, ja, die Fahrerluke ist auch in zwei Positionen darstellbar. Ja, und dann haben wir auf der Rückseite, und das ist eher ungewöhnlich, auch für Dragan. Vielleicht ist das eine Sparmaßnahme, aber wir haben jetzt auf der Rückseite die Bemalungsanleitung. Also in der Bauanleitung finden wir sie nicht mehr. Ich persönlich finde das gar nicht schlecht, weil ich finde häufig die Rückseiten von Modellbauschachteln jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Und ja, da finde ich jetzt mal so ein ordentlicher Farbdruck oder eine Farbanweisung auf der Rückseite schon gar nicht schlecht. Was mich ein bisschen stört an der Geschichte hier, ich bin wirklich ein Freund von fünf Seitenrissen. Wir sehen das jetzt, wir haben jetzt sozusagen die Steuerbordseite, die Draufsicht und die Vorder- und Rückansicht. Aber wer weiß, dass die Bundeswehr nach Tarnplänen vorgeht, weiß halt auch, dass die Backbordseite ist jetzt hier einfach nicht abgebildet. Da kann ich mich dann doch wieder im Netz oder wo auch anders erkundig machen, wie denn das aussieht. Also da finde ich, ist wieder ein bisschen zu kurz gedacht worden. Das halte ich auch wirklich für, ja, das halte ich auch für abzugswürdig letztendlich. Naja, gut, schauen wir mal weiter. Ja, hier haben wir dann offensichtlich zwei Farbsysteme, die gezeigt werden. Also wir haben einmal das auf die blaue Ziffer auf weißem Grund und die weiße Ziffer auf blauem Grund. Was das zu bedeuten hat, werden wir jetzt gleich sehen. Da wird uns ja wohl die Bauanleitung Auskunft drüber erteilen. Naja, und dann sehen wir jetzt hier die Bauanleitung. Das ist jetzt wirklich auch nur noch ein Hauch von nichts. Eigentlich ist es ein DIN A4-Blatt, was einfach gefaltet ist. Das ist eine Teilübersicht, dann Metallteile, okay. So, und dann haben wir halt schon auf der Seite zwei die Farbangaben. Und da geht es halt einmal die blauen Ziffer auf weißem Grund. Das sind die Aquaeus-Farben von GSI. Mr. Hobby war das früher. Da kannte man das als Gunze. Also GSI steht ja für Gunze Sanyo Incorporation. Und das andere ist dann das Mr. Colour-Farbs-System der gleichen Firma. Und ihr seht, das ist schon die ganze Bauanleitung. Und dabei ist halt noch der letzte Schritt, ist halt eben noch bemerkenswert. Da werden halt auf diese, ja, was ist es? Die Sticker sind es eigentlich. Wird verwiesen, die offensichtlich für die Winkelspiegel verwendet werden sollen. Und die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Diese Sticker liegen bei. Also es sind Sticker, es sind wirklich keine Deckels. Das, was hier auf dem Silber nennt. Die Deckels lege ich jetzt gerade zur Seite, die zeige ich euch gleich noch. Also wir haben hier so offensichtlich auf so einer Art Silberfolie. Ich denke, es soll wirklich dieses leicht irrisierende, glänzende von den Winkelspiegeln wieder geben. Und naja, also mit Stickern, also ich bin kein Freund davon, muss ich sagen. Halte ich für keine super Lösung. Dann haben wir hier den sauber gedruckten Dickelbogen. Aber ich meine, Bogen ist jetzt das Bürklein. Ist natürlich jetzt auch wirklich nicht ein, jetzt auch keine wirkliche Herausforderung. Aber sauber gedruckt, habt ihr jetzt kein Verprinten gesehen. Ja, und dann schauen wir uns mal an. Kommen wir schon mal zum, in Anführungsstrichen, Hauptspritzlink, nämlich der oberen Unterwanne. Die hier jeweils als ein Teil beiliegen. Und jetzt, wenn wir uns mal so die Oberflächengestaltung anschauen, finde ich, sieht das sehr, sehr gut aus. Also es gefällt mir sehr gut. Dass die Luken hinten im Mannschaftsbereich nicht zu öffnen sind, finde ich persönlich echt bescheiden. Aber wir sehen hier auch Anti-Rutschflächen. Die sind auch nochmal mit einer eigenen Struktur belegt. Diese kleinen Rechtecke letztendlich. Man kann sie sehen. Es gibt so eine leichte Grisselstruktur. Das, finde ich, wirkt sehr überzeugend. Wenn jetzt das bemalt ist, müsste man sich das nochmal genauer anschauen. Aber macht schon wirklich einen guten Eindruck. Und ja, kommen wir zur Unterwanne. Und bei der Unterwanne ist es halt so, da hat Dragon jetzt offensichtlich diesen Quick & Dirty Weg eingeschlagen. Hat gesagt, passt mal auf. Ein Gegenentwurf dazu ist ja das Revell-Modell, was sehr, sehr viele Teile auch darauf verwendet. Auf das Fahrwerk, auf die Federung und allem drum und dran. Was natürlich auch in der ganzen Detailfülle deutlich besser ausschaut. Aber sieht man es wirklich? Und Dragon geht offensichtlich den Weg. Sagt also die Mühe, so viel Mühe, in Details zu stecken, die man letztendlich nachher in 90% aller Fälle Darstellungsform nicht sieht, das wollen wir nicht. Kann man gehen. Ist allerdings auch mit deutlichen Vereinfachungen verbunden. So, jetzt haben wir hier den nächsten Spritzling. Da oben sehen wir schon diese Luftauslässe. Und hier die Felgen. Und auf die Felgen sollen dann ja später Gummiräder gezogen werden. Hier Teil 13 ist ein Teil der Lafette der Granatmaschinenkanone. Dann haben wir hier Fahrerluken. Ja, dann haben wir hier nochmal diese Nebelwerferanlage. Also das wirkt auf mich ein bisschen alles ein bisschen sehr dünne. Da bin ich nicht so hundertprozentig von überzeugt. Was man prinzipiell sagen muss, die Oberflächen selbst sind sehr schön detailliert gefallen auch. Und hier haben wir nochmal drei kleinere Gussäste, die beiliegen. Ich denke, das wird man dann später auch so... Naja, hier haben wir nochmal einen Gussast mit Rückspiegeln und der Kommandantenluke. Dann die Fahrerluke in zwei verschiedenen Positionen dargestellt. Einmal hochgeklappt und einmal eingefahren. Ja, dann hier hinten die Hecktüren und dann verschiedene Antennensockel inklusive... Ja, das werden dann schon auch Antennen sein. Ja, dann kommen wir zu den Reifen. Ja, Reifen ist ja immer so eine Sache bei Militärmodellfahrzeugen. Dieses Reifenmaterial ist ein Gummi-Material. Das ist relativ weich, würde ich sogar sagen. Glänzt aber wie eine Speckschwarte. Also da muss man definitiv was dran machen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist gedacht, um auf die gerade vorgezeigten Felgen gezogen zu werden. Ja, und abschließend haben wir dann nochmal einfach Metallachsen beiliegen. Ja, was halte ich jetzt nun von diesem Modell? Also zu dem Modell gibt es jetzt ein bisschen was, noch ein paar abschließende Worte zu sagen. Also einmal fällt auf, wir haben wirklich eine sehr, sehr schöne Oberflächenstruktur. Das gefällt wirklich gut. Wir haben aber zum Beispiel im Bereich des unteren Fahrwerks, ich kritisiere das ja oft, dass unheimlich viele Teile bei Bausätzen für Fahrwerke verwendet werden, wo man am Ende des Tages doch nicht mehr viel von sieht. Also Dragon ist hier schon fast kompromisslosen Weg gegangen und hat gesagt, da machen wir es uns relativ leicht. Ich würde mal sagen, mit entsprechender Verschmutzung, mit entsprechender Positionierung in einem Diorama ist das vielleicht sogar ganz angemessen und für Wargamer sowieso. Diese Metallachsen, stelle ich mir mal tatsächlich so vor, haben schon so ein bisschen so Spielcharakter. Die bräuchte ich jetzt nicht wirklich. Aber gut, man muss immerhin noch sehen, wenn man das Modell letztendlich, wie gesagt, entsprechend bemalt, verdreckt, verschmutzt, dann ist vielleicht das hier eigentlich auch eine ganz vernünftige Lösung. Wie gesagt, Revell hat mit seinem GTA-Pokar-Boxer, den ich ja hier auch schon an dieser Stelle besprochen hatte, einen anderen Weg beschritten, so wie man das auch schon früher bei seinen Fuchs- und Lux-Transportpanzern gemacht hat, wo man eigentlich sehr viele Details und sehr viele Teile auch für den Bau der entsprechenden Federungen und sowas eingeplant hatte. Also das ist hier definitiv nicht der Fall. Ich finde aber auch, dass Drago an sich das hier ein bisschen sehr einfach gemacht hat. Also ihr merkt schon, das ist eher was, wo ich eher so einen kleinen Punktabzug einsetzen würde, als sagen, juhu, das war ganz klasse. Aber dieses Modell kriegt man schnell, schnell, schnell zusammen. Muss man auch wieder sagen, für eine Zielgruppe, die sagt, ich möchte mal an einem Wochenende ein schnelles Erfolgserlebnis haben, ist das ein Modell, was man sich unbedingt mal überlegen sollte. Ja, Thema Luken. Also Thema Luken öffnen, da hat Drago hier, wie ich finde, sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Da sind halt letztendlich jetzt der Mannschaftsraum und im Mannschaftsraum ist eigentlich nichts zu sehen. Also insofern kann man auch nicht sagen, die haben jetzt oben die Luken vom Mannschaftsraum nicht zu öffnen dargestellt, weil hier eh nichts drin ist. Na, dann hätte man auch hinten das nicht öffnen müssen. Ich bin jetzt nicht böse, dass das möglich ist, dass die geöffnet werden können. Aber die vier anderen Luken im oberen Bereich des Mannschaftsraums hätte ich mir auch gewünscht, gerade wenn man Figuren, die es mittlerweile auch für das Thema ja gibt, dort einbauen wollen. Also die Möglichkeit besteht halt nicht. Schade. Das ist eine vertane Chance eigentlich. Ja, dann die Lösung mit den Stickern für die Winkelspiegel. Also das wird nicht meins. Also damit überzeugt man mich nicht. Sticker neigen dazu, dass die irgendwann Klebekraft verlieren und irgendwann fällt dir so ein Blättchen weg und du kriegst es erstmal nicht mit und es sieht am Modell nachher eigentlich ganz grauslich aus. Also da würde ich jedem Modellbauer auch raten, bitte überlegt euch da eine andere Lösung. Ja, also das wären schon mal so meine Anmerkungen dazu. Thema Bauanleitung muss man nicht viel sagen. Der Farbplan und auch gerade, wenn man hier so sieht, es ist halt letztendlich auch nur ein Fahrzeug darstellbar. Auch da hätte Dragon verschiedene Kennzeichen beilegen können, hätte mehrere Fahrzeuge darstellbar machen sollen. Und wenn man denn schon einen Fahrplan bringt, gerade bei Bundeswehr-Tarnplänen, dann bitteschön Fünf-Seiten-Riss. So viel muss möglich sein und hat Dragon auch nicht gemacht. Also insgesamt gehe ich bei vielen schönen Oberflächen. Ja, das ist richtig. Aber die Reifen sind jetzt auch nicht die Megawucht, glänzen. Wie gesagt, darüber hinaus noch wie eine Specksparte. Also, rosa Munde auf deiner Q-Wertung. Ihr wisst ja, 0 bis 5 Kniefälle. Shepard Payne Gedächtnis-Q-Wertungs-Q ist das hier. Also rosa Munde. Wie viele Kniefälle von 0 bis 5 gibst du? 1, 2, 3. Na, sie will gar nicht mal so richtig hoch, aber knapp 3 sind es. Mehr würde ich dafür auch nicht geben. Wobei man eben auch sagen muss, das Modell soll ja auch nicht als High-End-Modell dastehen. Also es ist sicherlich ein sehr ordentliches Modell, was ein sehr ordentliches Ergebnis für einen schnellen Bau ergibt. Will man mehr, muss man sich was anderes überlegen. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank der Firma Modellbau König, die mir dieses Modell zur Besprechung zur Verfügung gestellt hat. Also 3 heißt nicht, das ist kein Verriss. Definitiv nicht. Aber man muss sich ganz klar machen, was liefert dieses Dragon-Modell und was tut es nicht. Und Dragon hatte mal einen Ruf wie Donnerhall, gerade auch bei den 72er-Modellen, wo sie mal sehr, sehr, sehr aktiv waren. Diese Aktivität ist ja doch stark in den letzten Jahren heruntergefahren worden. Und man muss sich eben schon auch wirklich auf Kompromisse einstellen. Das ist die Botschaft. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Viel Spaß am gemeinsamen Hobby. Denkt immer dran. L'Oreal sagte schon, na das hat er nicht genau so gesagt, aber er hätte es gesagt, wäre er im Modellbau gewesen. Ein Leben ohne Modellbau ist möglich, macht aber keinen Sinn. In diesem Sinne, cheerio liebe Leute. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal.